ARD Text im Auftrag von Funk Links von uns? Weiß ich nicht. Ich bin runter gefallen. Open field hier. Einer bei der Kiste hier. Und shot. Ist unter mir. Was? Der hat einen Plattensack, falls du den brauchst. Noch einer, noch einer, noch einer Felix. Der letzte, der letzte, noch einer. Push mich, der push mich. Oh, live Mark, live Mark. Bei mir auch nicht, ohne, ohne, ohne. Zack, Mann. Kann mir sogar ausziehen, wenn ich gelockt bin. Zu, von vorne übers Airfield. Hier so. Ich spiel's dir oft dann auf Ding. Noch einer, noch einer. Er wird dann mit vorbeilaufen wahrscheinlich erst mal. Vielleicht spielst du eher auf Leben. Er wird dich oben pieken. Erst ganz oben müsste er sein. Du kannst mich erst mal hier liegen lassen. Ich lieg im Waffen. Er ist ganz underground. Er ist ganz underground gegangen. Okay, die chillen hier unten erst mal. Die haben Bounty auf mich. H abbau lewe, aga ab. Finest. �� 걸� 걸� ORF Clintus. Heartstick. So on theаer shit. 많이 copy on your rocket site. We got noise at the top station. Die sahen, also der sitzt, der sitzt immer noch am Stopp. Ich bin close zu mir, warte kurz. Ich lande Top Factory, da dürfte eigentlich keiner sein. Dann hab ich. Versuch den dann irgendwo zu schießen. Warte ich hol den anderen noch, der rot ist. Oh einer bei mir. She's safe, bro. Das ist ein Goater, Digger. Motorrad? Hier. Sterben lassen. Was geht dann aufpassen? Ey, ich hatte den. All right, wir haben den. Nimm 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 den. Oh, lieber! Lief die nicht runter. Ausrüstungslieferung ist auf der Weg. Du hast den Besten 25 geschafft. Achtung, der Umtreibstoff ist knapp. Zurück zur Basis zum Nachtanken. Halleyo! Halleyo! Kommt die Ladater gestoppt? Ja! Richtig viele Gegner bei mir. Okay, Bro. Ich zähl nochmal ganz kurz durch. Es war 2.000. Das war nicht der, der ihn getötet hat. Hast du gesehen? Ja, ja. Um auf dem Berg. Durch einen. Nicht, da ich mich verzählt hab, Bro. Das war ganz normal. Alles gut. Das war weiter schwer. Ja. Ach du bitte links. Ich mach von. Nein, hab ich. Ja, ja. Ich schau links. Oh, links snipet einer. Er muss aber gleich move'n. Oh, boah. Ich heide in der Büsch. Treff mal, komm hier. Einer move'n rechts runter. Ganz links einer an so nem Headfish. Schönen, Bro. Der letzte ist da unten, wo ich markiert hab. Lass mich mittelfingern. Ich will mittelfingern. Ja, ja, ja. Ich hab nur leicht angeschossen. Tschüss. Geh'n links. Geh'n links. Geh'n links. Geh'n links. Geh'n links. Geh'n links. Oh, man. Ich muss den Bohrleck mal ausgaffen, Mann. Das nervt. Vielleicht überhaupt nicht. Die Dok. Hast du, Bro? Geh'n links auf. Muss ich am Stück jetzt. Was? Was? Ja, Digga! Oh, sehr eklig bei mir. Ich kann dich auf jeden Fall getten. Dann geh ich rein. Ja, ja. Ich hab 12k grad und self. Nice, Bro. Du bist der Beste. Wer ist da? Ich hab immer noch gegen den. Ja. Ich denke, die sind raus da, wo die sind. Alle Plätze, ne? So ein bisschen. Schön, du. Teammitglied kehrt ins Einsatzgebiet zurück. Also Sicherheitszone. Hallo? Ich hatte keine Stunzzonen exekuert. Die Stunzzone ist in der Luft. Radarsuche sind gestartet. Ich bin jetzt nicht der Luft. Ich bin jetzt der Luft. Nein, die sind mit dem Truck unterwegs. Das muss doch nicht sein. U-D-D-D-D-D-D-D-D. Na Bro, die sind mir grad, also wir haben uns grad erst wieder getroffen, aber die ganze Zeit war anders Zwei bei mir, zwei bei mir, Helix Aber ein Sheeprape bei dir Auf den zweiten kann ich das mit doch Nice, eine Snipe hier oben bei mir Hab ihn knock, hab ihn knock bei dir Letzte war im Helix Na schade, ein bisschen viel abfangen noch Habt du auch keine Ahnung Halb so wild Ich mach den auch, du musst bitte nur mich äh Jaja, ich versuch hier live zu stayen Bro, ich hab halt keine Iron Money mehr Ich hab halt so ne PC Bro, ich werd halt nur geballert hier von allem Du hast das, Bro Nein Ich geh zurück Temit, temit, temit Hab ich auch Das ist ein Ass Bro, das ist ein Ass Fokussin, fokussin, fokussin Weiß nicht, ob ich jetzt einfach wegrennen kann Bro Ja, ich komme Ja, ich komme Jetzt nicht von hinten Jetzt nicht von hinten Ich komme mit dem Fakt Wichtig ist nicht wichtig Zeig dir es noch, zeig dir es noch Ja Ja Links gesniped Bro Nein, er hat gesniped an der kleinen Hütte Dahinter, immer noch, immer noch, immer noch Aimt rechts ab, aimt rechts ab, aimt rechts ab Jetzt links, jetzt links Er kommt links, links, links Tschüss Tschüss Bist du gelandet, Superstore? Hast du nix gesagt? Ja, ich bin nicht Superstore Bro, ich bin nicht hier So, du bist ja hier Ich hab grad verwechselt Du warst eben blau Ich bist ein Gegner Ich hab nur DMR Bro, oh mein Gott Ich werd sterben Kann ich so zu dir kommen, dass ich nicht sterbe? Ja Mach ich das Ames junges Herz Nie befunden irgendwo auf der Seite Bro, ich krieg hier echt kein Geld Richtig Direkt vorm Eingang Wird geballert Aha Wird ein Heli Leider nicht Ist auf jeden Fall noch jemand ne Brücke Ja, ja, der ist One Shot beim Helikopter einer Und einer genockt hat Am Heli? Ja, ja, ich hab die Leute genockt Kannst du den finish bitte? Ja, 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 warte, warte, warte Good call Da sind zwei Leute genockt Ähm, ne Doch, zieh Fucker, nice Nur 1 Kill bekommen Mir enorm Siehst du das bei Factory? Ne Ich hab auch nicht Factory geguckt gerade Komm auch Factory Me Hattest du mich? Ja, gut Ja, gehts Ah, Smerk, boah, mein Kappen. Du drogst zwei auf dich, Bro. Soll ich zu dir kommen? Nein. Ich werde aber lange brauchen, Bro. Okay, bei mir ist noch jemand, den push ich noch. Ja, bei mir sind einige, Bro. Ja, wie du es gesagt hast. Nein! Von einem anderen Team bist du halt. Von euch hinterm Haus. Von euch hinterm Haus. Von einem zu schnell Spendung. Virus. Einige. Was hast du denn hier? Mein Truck hat mich fast umgekommen. Im Haus sind welche drin. Am links am Berg ist einer genockt. Ich weiß nicht ob das elf war. SWW, SWW, SWW. Ausgestiegen wieder. Der muss move'n, Bro. Oben auf dem Dach sind immer noch welche. Zwei, einer auf dem Dach, ich kann dir nicht helfen, Bro. Bei dir auf dem länglichen Dach meinst du? Ja, ja, halt auf dem großen Green Dach ist einer. Ja. Ja, oben auf dem Dach immer noch einer, den hab ich eingeschlafen, Bro. Schön, komm auf dem Dach move'n. Weg deine Crack-Motor. Kann ich meinen Truck holen? Ist ja auch nur einer. Ja, der bleibt stehen. Ab ihn. Wobei der Fluss wird abgeschossen, ja, ja. Ich war eine große Runde oben lang. Oben move'n auch jemand. Einen genug. Aber der wird uns nicht gefährlich. Eine Street-Pack-One-Shot. Okay, ich steig hier mal aus. Und mir eine Close. Ich bin überdurch zu aimen. Fuck, ich bin mit deinem Dach. Nein, 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 nein. Aim mich ab, aim mich einfach ab. Push mich fix. Nice. Haben wir den Finish? Ich wurde geklastert. Keine Ahnung von wo. Ich bin weg, aber vom Zug. Vielleicht bei dir drin. Achso. Ich sehe auf dem Zug keinen. Er läuft zum Zug einer. Ja. Okay. 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 Ich fahr, ich fahr aus. Einen hab ich. Nice. Ich, äh, wenn du nicht weisen musst. Alles gut, Bro. Nee, ich will, ich will einfach nur. Ich hol mir anderen Angle. Wie es sein wird, wie die. Nein, ich hab kein Self-Revive. Oh mein Gott, das wusste ich nicht. Nein. Ah, die war auch links bei mir. Shit. Gegner Close bei mir. Chillen. Ich bleibe jetzt erstmal noch kurz in der Luft und war auf dem Fall. Ist der auf dem Dach oder so? Nee, vor mir. Wir sind da. Keine Muni. Unten rechts von dir liegt der Luft. Gegner Waffe, glaub ich. One shot, headshot. Aber er ist auch. Wichtig. Ganz oben vom Berg. Pass auf. Ganz oben vom Berg. Nein. Okay, wieder 9 ab. 9 vor. Ich will kein Kilo bekommen. Es ist so dumm, wie ich gestorben bin. Es ist schon wieder dieser Well-Lights, man. Der hat uns beide ganz geholt. Wenn er das geklatscht hätte. Ich schwöre bei Gott. Ich schwöre, dass er weggerät ist. Ich hätte aufgehört, Wasser zu spielen. Ich hätte aufgehört, Wasser zu spielen. Bei allem, was mir lieb und recht ist. Ich hätte aufgehört. Ich hätte aufgehört. Ich hätte aufgehört. Ich hätte aufgehört. Ich hätte Waffe verloren. Ahja. Wichtig knapp. Einige, Bro. Einen genockt. Einer noch. Das ist doch immer. Was ist mit dem? Was ist mit dem? Was ist mit dem? Also wenn ich hier jetzt rauskomme, dann würde ich nicht richtig sagen. Das ist aber. Ich komme hier gerade erst mal auch nicht weg. Nein! Der dritte! Der letzte! Der letzte! Ich brauche hier mal einen Confidence Booster in der Lobby. Das ist alles nicht so, wie ich es brauche. Richtig prüft. Verschwinden Menschen. Direkt nachvollziehen. Direkt nachvollziehen. Direkt nachvollziehen. Direkt nachvollziehen. Ich höre zu kurz, bevor du in den Fight gehst. Ich habe kein Self, Bro. Ich würde mich kein Self brauchen. Du siehst Self irgendwo. Hier ist die Gegner gelandet. Die Gegner gelandet. Aber Bro, ich sehe auch 50. 8 noch, oder? Naja. Okay. Nice, Bro. Richtig. Unfassbar. Ich hätte da niemals sterben dürfen. Alter. Danke. 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 GG's. Danke, wer auch immer du bist. Ruski, bl***. Suka, bl***. Danke. Danke.